herz wird da Hunger bitte bitte Hose rein ja, Mahlzeit Hose rein Hose Kropotter Klassenmod Was kann man da? Du musst den finden Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen solange Rowland fort ist Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold Dort halten sie Rowland fest Wenn du sie überrascht Halt still Oh, ich glaube das war so eine Mistecke Wie bitte? Ich glaube das war so eine Mistecke wo wir jetzt sind Nee, Mistecke nicht Alles gut Ja, dann üben wir noch ein bisschen Wachenkiste Wo? Oben links Waren glaube ich immer Schilde drin oder so Nee, hier oben Hey, ich hatte recht Man könnte denken, ich hätte das Spiel schon mal gespielt Ja, oder zwei oder dreimal Schottis Oh, hier sind keine Schilde drin Schrotflinte Verbraucht zwei Munition Hm Oh, Magazingröße Zwei Tja, nimm dir eine zum Verkaufen Hm, ich weiß noch nicht, ob ich die verkaufe Ich meine, die hat zwar nur zwei Magazingröße Aber Die macht halt Wuff Hm Schade Bin schon runtergefallen Maximal eine Gesundheit, Magazingröße, Feuerrat Ähm Ich werde mir die Schotti einfach mal angucken, wie lange die braucht zum Nachladen Könnt ihr mal an? Ja, mach ja So sind drei Schuss 23 mal 10 Schaden Hüpf 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 Wo müssen wir überhaupt hin? Achso Brudgett Stronghold Rettet Roland Ja, wollen wir erst noch ein bisschen was anderes machen? Juh, kümmer Was haben wir denn noch für Aufträge? Töte die Assassins Können wir tun, können wir tun Ja, oder 15 Polymon-Haufen Machen wir erstmal die Polymons, ja? In three months Wir sind aber trotzdem weit weg Wir gucken, ob wir reisen können Ja, bestimmt Geht los Zack Naja, hätten wir aber einfach zur Tür rausgehen können Ah Naja Naja Was wirst du machen, ne? So Zimmer wenigstens Ich bin wieder in Sanctuary Sei vorsichtig Ich bin wieder in Sanctuary 15 Polymon-Haufen Überall um den Damm herum Besorgt dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt Die Sniper gefällt mir Das glaube ich Das ist ordentlich Durchschlagskraft Ja Die, die ich da gefunden hab, die waren nicht so toll Da hast du dreimal geschossen, war deine ganze Munition alle Ne, mein Ding hat jetzt 13 Schuss im Magazin Okay Und verbrauch auch nur einen Schuss pro Schuss Hier, lass uns mal ein Auto holen Ja Hol mal ein Auto, ich lauf schon mal rein Ja Ich hol mal ein Auto Harry, hol schon mal den Wagen Genau Fahrzeug Han, 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 han Wir haben noch keinen Pullimon-Haufen durchsucht, ne? Nein Das ist klar Wir haben sind erst alle kaputt geschossen Ich glaube, müssen wir, glaube ich, anders machen, oder? Ja Müssen wir Kaputt messern Sonst zählt dem nicht Wir müssen so kaputt hauen, echt? Oh Naja dann Ja Kau mal du dich um Pullimon Ich suche hier noch ein paar Haufen Ja Was kriege ich hin Hier hinten sind so ganz viele Haufen Ich gebe mir Mühe, nicht drum rumzuschießen Ich gebe mir Mühe, drum rumzuschießen Iridium, schon wieder Kaputt hauen müssen wir so Oh Mann Hat das Ding eine Reichweite, ey So kann man ein Feuer schaden Monströs Gefällt mir das Ding Glaube ich, glaube ich Da hat das einen Haufen Da lacht er Da lacht das Herz, ne? Mongo Viecher Ja, Mongo Viecher Mit Granaten? Schön Hier oben waren auch noch welche, glaube ich Hochzus hier hinten Den Weg da Kann so einer Da kommen gleich Warte, wir müssen sie mit Granaten hochjagen Nicht Eins Ja Ich schieße ein bisschen an Oh Wer ist, wenn du Granaten bürst? Ich habe nämlich keine mehr Okay Okay Mach ich doch Fotzificher Weil sie die hinterfotzigsten Viecher sind, die ich je gesehen habe Und ich habe schon erlebt, wie mir ein Thrasher den Arm ausgerissen hat Verdrängte Erinnerungen Hey Hat dich mal geschoben, ne? Das sind da Projektile der Fotzificher aus der Luft Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert Was war mal? Achso Fotzificher, achso, äh, ja Wenn die irgend so Dinge zu werfen, müssen wir es abschießen Ja Dann haus rein Ja, wir suchen Fotzificher Weiß, wo welche sind? Hier geradeaus Da, 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 da Oder hier, hier, reicht schon, reicht schon Wir müssen alle hier stehen bleiben, dann wollen die nämlich bestimmt werfen Ja Was ist Projektile erwischt? Oh, die wollen nicht werfen Zwei habe ich Drei Verdammte Angst Fotzificher ist eine geschützte Marke Ah, draufgeschissen Ich bin es leid, mir dauernd Namen auszudämmen Hol mich doch der Teufel, weißt du was? Stenderfurtz Genau wie nennen wir Stenderfurtz Stenderfurtz Rotzbremsen Rotzbremsen Töte weitere Stenderfurtz Ne, hier, hier finden wir keine mehr Gott Komm mal gleich an das Ding da Äh, da muss man gerade die Schotti wechseln Wo bist du denn hin? Ich wollte gerade mal gucken, ob ich noch welche finde Z.B. Also dem wollte ich dich mal überfahren Schade Ja, ich glaube da hinten, da hier jetzt, da lang, müssten da noch welche sein, meine ich, ne? Irgendwo da hinten Ja So, hier so Vielleicht noch vier und Und Ja, kurz auf die Karte gucken Ja, dann fahren wir Sanctuary müssen wir jetzt Wir haben hier noch eine Mission Äh Legt Wort Mit einer Pistole um Was? Wir müssen irgendwen mit wem mit einer Pistole umbringen Ich hab keine Pistole Hast du nicht? Ne, wir können erst nochmal nach Sanctuary fahren Den Auftrag abgeben Und Ja, mal nach Waffen gucken Ähm Ja, mir wurscht Dann Sanctuary Ja Okay Komm mal hin, fahren, brauchen wir nicht reisen Richtig Das ist ja nicht weit Schön da Jippie 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 Jihä Jäha So So Jetzt ganz viele schöne Waffen haben wollen. Hast du einen goldenen Schlüssel? Kannst du einsetzen. Kriegst du kurzzeitig coole Waffen. Ja, aber den goldenen Schlüssel, den ich vom Kauf habe, den hatte ich schon damals eingesetzt. Achso. Ja. Aber man kann sicher goldenen Schlüssel online runterladen. Also die Codes dafür. Das ist ja langweilig. Ja, aber weißt du, was man auch kann? Bulli-Mong ist trotzdem Mist. Ja. Sich eine Schottie oder ein Schild ausmachen. Eine Granate. Hast du wieder gespielt? Ja. Nein. Nein. Der linke ist mir. Der rechte kannst du haben. Nein. Vorsicht. Der linke ist mir. Das war mein Regie und bleiben. Liebe Kinder, da hast du die Finger vom Glücksspiel. Ja, Glücksspiel kann es sich nicht machen. Ja, Glücksspiel kann es sich nicht machen. Und ist ab 18. Ich spiele da auch nur, bis wir kein Geld mehr haben. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ei, ei, ei. Jetzt mal hier drei Siebener. Wo ist denn eigentlich der Typ? Da, der Typ. Wer? Oh. Wo? Den, den wir töten müssen mit einer Pistole. Äh, der ist irgendeinem in einem anderen Gebiet. Müssen wir reisen. Hier habe ich eine Pistole. Oh, toll. Sehr effektiv gegen Fleisch. Verbraucht zwei Munitionen. Na, toll. Ja. Sauher gut zum, äh... Kein Glück heute. Yay, ich höre schon. Hey, was hast du denn da? Was hast du denn da? SMG. Na, toll. Fies eine erhöhte Zielgenauigkeit. Ey. Iridium. Ach, sowas nicht. Ich glaube, ich sollte mal einkaufen gehen, hm? Mit Iridium? Ja. Müsste ich auch mal machen jetzt. Ich habe eben erst nur ne... Oh. Brauchst du ne Sniper? Äh, hau, guck mal, ja. Ey, die ist besser wie meine. Leg die mal hin. Eee, joh. Ja. Kannst meine kriegen. Eee, joh. Kriegst meine. Wo ist denn hier? Meine ist auch nicht schlecht. Davon ab. Oh. Da nehme ich die Pistole. Äh, Schild oder Schrotti? Korrosionsschadenschild oder... Ich habe, ich habe ein Schild genommen. Aber das würde ich nur verkaufen, von daher. Äh, naja, so viel besser ist sie jetzt dann doch auch nicht. Kannst du nehmen, wenn du willst. Ich hatte noch nicht ganz geguckt. Oh. Wär's wohl. Also wenn du die haben willst, die Sniper, kannst du die nehmen. Oh, weiß ich noch nicht. Du musst verkaufen. Du musst verkaufen. Einmal ziehe ich noch. Ja, die ist eigentlich gar nicht schlecht. Die macht halt sehr viel Schaden. Weil halt... Ähm... Sehr effektiv gegen Fleisch und so. Einmal ziehe ich noch. Hatten wir eigentlich schon mal jemals an diesen Automaten diese... Granate... Wir hatten noch niemals drei Borderlands-Zeichen, ne? Nein. So ein Scheiß, ne? Ja. So, was will ich denn? Ähm... Schottis, Sniper. Pistole. Das. Hm. Hier noch ein Sniper. So. Warst du schon? Was? Äh, Zeug kaufen. Was war ich? Warst du schon Waffen kaufen? Ich hab's verkauft. Achso. Ich will nix von da unten. Ich hab keine Arbeit. Glaub ich. Wenn dann... Nee, hier ist nix. Ein Granatenwerfer, nur weißes Zeug. Ja. Deswegen brauch ich da... Das brauch ich auch nicht. Das ist... Ich hab ein Skin freigeschaltet. Den hab ich schon hier. Den ich gekriegt hab. Lass' mir doch mal gleich. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Weit weg. Ähm... Ich würd jetzt fertig einkaufen und dann würd ich's beschließen für heute. Jo. Come on. Nur nochmal kurz bei den Waffentypen gucken. Da am Automaten und dann... Das kann man auch rum. Rom. Was soll man denn Raketenwerfer? Raketenwerfer. Oh, weißes Zeug. Toll. Raketenwerfer. Ein grün. Rechts ist ein grüner Angebot des Tages. Ja, aber... Nee. Raketenwerfer halt. Was will man damit? Ja. Was will man damit? Ja, stellen wir uns in der Halle, ne? Ja. Muss ich sagen. Klappe auch verpisst sich. Ja. Jo. Ist gut. Hier, ne? So? So? Ja. So ungefähr. Okay. Das ist der, Leute. Leute, ne? Macht's gut. Leute, immer schon Kommentare da lassen, ne? Und Daumen hoch und sowas, ne? Genau. Immer sch... Ja, genau. Gott sei Dank. Hätte ja auch schön sein können, ne? Ja. Ich würd sagen, wir schließen's mir. Mit diesen Worten? Ja, wir lassen's für heute. Wupp, wupp, wupp. Genau. Leute, macht's gut und danke fürs Zusehen.